Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal von A&M. Heute geht es um das Thema, wie du als Handwerksbetrieb eine Marke aufbaust, sodass du mit deinem Betrieb die Kunden magisch anziehst. Viel Spaß dabei. So, ich habe mir heute mal wieder den Alex geschnappt und wir möchten heute ein Video aufnehmen zum Thema, wie du es als Handwerksbetrieb schaffst, eine richtig starke Marke aufzubauen. Wie du einen wirklichen Sog erzeugen kannst mit deinem Handwerksbetrieb. Und was hat das erstmal für Vorteile, Alex, wenn man eine Marke als Handwerksbetrieb aufbaut? Ich finde, man kann das immer schön an Marken verdeutlichen, die schon ein bisschen länger am Markt sind, zum Beispiel Apple oder Coca-Cola. Ich meine, wir wissen, es gibt viele Produkte, deutlich mehr Produkte als Apple und Coca-Cola in dem Bereich und auch Produkte, die sicherlich technisch ähnlich sind, bei Apple kann man darüber streiten, aber von der Grundidee, aber einfach viel günstiger sind, also teilweise ein Drittel oder ein Viertelkosten. Und trotzdem können diese Marken seit Jahren, Jahrzehnten ihre Preise durchsetzen. Und das ist halt möglich, weil sie eine Marke sind, weil sie Emotionen damit verbinden. Das heißt, wenn du selber in deiner Region eine Marke wirst, natürlich hast du jetzt nicht das Budget von Coca-Cola oder Apple. Aber wenn du selber eine Marke bist, dann hast du die Möglichkeit, Preise durchzusetzen ohne viel Verhandlung. Du hast die Möglichkeit, dass du bei Angeboten, auch wenn auch drei andere Angebote geholt werden, du trotzdem der, der die Nase vorn hat, weil eben die Leute was mit dir assoziieren. Und du hast generell auch die Möglichkeit, besser an Mitarbeiter ranzukommen, die natürlich auch lieber für eine Marke arbeiten als für ein No-Name-Unternehmen. Ja, also wenn man es mal zusammenfasst, erstmal Marke. Du hast natürlich da Preis, ja, mehr Möglichkeiten im Pricing. Du bist in der Lage, höhere Preise durchzusetzen. Du bist auch in der Lage, diese Preise dann durchzusetzen, auch in Verhandlungen. Leute kommen gar nicht erst auf die Idee, vielleicht irgendwie mit dir zu verhandeln, weil du halt so eine starke Marke hast. Dann hast du natürlich aber auch den Vorteil der Bindung. Leute binden sich sozusagen auch an deine Marke. Und du hast natürlich auch ein Vertrauen. Also Vertrauen geht natürlich auch mit einher, dass Leute halt viel mehr, ja, auch deine Angebote dann annehmen vielleicht, weil sie wissen, naja, das ist ja so ein bekannter Betrieb. Oder, ja, ich kenne ja schon total viele, die mit denen gearbeitet haben oder so. Da ist dann ja auch viel wahrscheinlicher, dass dann sogar deine höheren Preise und so weiter dann auch durchgesetzt werden, weil du halt schon dieses hohe Vertrauen hast mit deiner Marke. Genau. Und wie brauchst du jetzt eigentlich so eine Marke? Es gibt ja ganz viele Marken da draußen und ganz viele verschiedene Ansätze, wie diese Marken strukturiert sind. Und im Grunde hast du nur relativ wenig pauschale Möglichkeiten. Also du kannst dich entweder als der Individualist positionieren, der halt in einem gewissen Preissegment erst arbeitet, oder als der, der es am günstigsten macht. So viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Entweder bist du nicht der Teuerste, aber zumindest bist du sehr teuer und hast eine sehr hochwertige Marke oder du bist da der Billigste. Alles andere, gerade jetzt so das untere Mittelfeld, wo du nicht der Billigste bist, aber trotzdem sehr günstig bist, ist immer sehr schwierig. Weil da gibt es immer einen, der dich unterbietet und da hast du nicht so Bock drauf. Auch mit den Leuten, mit denen man da arbeitet, hast du nicht so Bock. Deswegen ist unsere Empfehlung eher eine hochwertige Marke reinzugehen, zu sagen, okay, wir überlegen uns, dass wir was nach außen verkörpern, was andere Leute gerne auch zu Hause halt haben wollen. Wo wir sagen, okay, mit der Marke verbinde ich jetzt XYZ und damit sehe ich mich auch zu Hause. Das heißt, wenn mich da jemand anspricht, dann findet er das auch gut. Das wäre sozusagen dann so die Preispositionierung. Ja, richtig. Ja, über die Qualität natürlich auch. Die Qualität folgt ja dem, oder der Preis folgt der Qualität so rum. Ich hätte noch einen Tipp so aus der Marketingbrille. Ich bin ja bei uns sozusagen so, du bist ja eher so im Strategischen und Preistechnischen unterwegs. Wir haben ja viele im Marketing auch mit dem Team unterwegs am Arbeiten. Ich hätte einen Tipp aus dem Marketing und zwar, es gibt einen Effekt, den nennt man den Mere Exposure Effekt. Das bedeutet letztendlich nichts anderes. Also wurden Studien gemacht. Das bedeutet letztendlich, umso häufiger eine Marke oder ein Unternehmen oder auch eine Person, mit Personen funktioniert das genauso. Nur die Tatsache alleine, dass diese Person häufiger zu sehen ist, führt dazu, dass, wenn jetzt nichts anderes Negatives mit der Person oder dem Unternehmen verbunden wird oder in Verbindung gebracht wird, alleine dieses Zeigen oder dieses häufigere Zeigen der Person oder der Marke führt dazu, dass sie eine höhere Beliebtheit bei den hinterher Befragten sozusagen erzeugt hat. Was heißt das jetzt für dich? Das heißt, umso häufiger du in deiner Region sichtbar bist, in Online-Anzeigen, in Social Media und so weiter, alleine diese Tatsache, die wird dazu führen, mit deiner Markenbotschaft und mit deinem Außenbild sozusagen, alleine das wird dann dafür sorgen, dass in deiner Region du immer beliebter wirst. Klingt verrückt, ist aber wissenschaftlich belegt so. Und diesen Effekt, diesen Mere Exposure Effekt, den sollte man sich zu uns machen. Machen auch super viele Politiker. Und ja, die gehen dann immer in alle Talkshows oder sind in allen Fernsehsendern auf einmal präsent, so auch aus Amerika kennt man das häufig. Und ja, diesen Effekt machen sich halt viele bewusst und das müssen wir uns auch in der Werbung für Handwerksbetriebe bewusst machen. Ja, und wenn es jetzt wirklich schon geht, eine Marke zu bauen, der Mere Exposure Effekt wird ja vor allem dadurch genutzt, oder dafür genutzt, deine Marke dann häufig anzuzeigen. Das ist zumindest das Ziel von dem Mere Exposure Effekt am Ende, dass durch das häufige Anzeigen du Vertrauen gewinnst. Dann hast du so ein paar Entscheidungen, die du treffen kannst. Das Erste ist, willst du eine Personenmarke sein? Ja. Oder willst du das Ganze auf dem Unternehmen aufbauen? Natürlich soll dein Unternehmen immer im Hintergrund stehen, aber du kannst auch als Personenmarke ein Unternehmen halt vertreten. Der Vorteil ist, eine Person ist immer greifbarer als ein Unternehmen. Das heißt, du hast immer schon einen Bonus mit einer Person, wenn du das möchtest, weil du wirst natürlich dafür entsprechend bekannt sein. Das Zweite, die Frage, die du stellen solltest, ist einfach, wofür stehst du und wogegen stehst du? Das ist bei der Marke immer wichtig, beide Seiten. Was wofür man steht und was wogegen man steht. Und hier hast du die verschiedenste Dinge. Du kannst sagen, du stehst für Individualität, du stehst für Top-Service, du stehst dafür, dass der Kunde niemals im Regen gelassen wird. Das wäre jetzt schon wieder was, wogegen man steht. Man steht gegen Massenabfertigungen, man steht gegen ewige Hotlines. Ja, bei uns kriegen sie nicht das und das. Richtig, genau. Und du kannst auch so ein Zwischenling machen. Du kannst sagen, ich bin nicht der, der hier irgendwie einfach nur der Teuerste sein will, sondern ich kann dir wirklich für dieses Geld auch was geben. Ja. Also, da musst du für dich überlegen, was passt zu dir? Was sind die Dinge, die deine Kunden mögen? Du kannst auch theoretisch eine Kundenbefragung machen. Würde ich mal sagen, 20 Kunden nimmst du dir mal, sprichst mit dir mal eine Stunde, du hast ein bisschen Zeit, dir aufgeht, ich weiß. Zeit ist im Handwerk immer knapp. Aber wenn du nur noch solche Traumkunden hättest, dann hättest du auch mehr Zeit, weil du würdest weniger Stress haben, du würdest weniger Probleme dahinter lösen müssen. Du würdest einfach insgesamt besser dastehen. Und diese Fragen sollte man sich einfach stellen. Und die sollte man einmal für sich klar haben, einmal klar beantworten. Und dann ist auch überhaupt kein Problem, diese Marke daraus zu kreieren und dir dann auch zu vermarkten. Ja. Ja. Ich denke, da ist einiges dabei. Also, wir können auch viel tiefer gehen, aber das ist irgendwann nicht mehr zielführend. Mach erst mal diese Übungen, dann bist du schon einen Riesenschritt weiter. Ja. Und dann würde man alles mittelfristig auf die Marke natürlich auch abstimmen, was die Farben angeht, etc. Und in dem Sinne, wenn du Interesse hast, dass wir uns mal anschauen, wie deine Marke aussehen kann, kannst du dich auch gerne bei uns melden. Das ist klar. Du findest immer die Webseite an www.antamater-berater.de Und ansonsten würde ich sagen, lass einen Daumen nach oben da, gib den ganzen Like und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.